Leroy Sané ist einfach besser als Ronaldinho und sie haben eine Million Coins Unterschied. Warum das so ist und wie ihr die SPC ganz easy und schnell abschließen könnt und warum ihr es auch unbedingt machen solltet, das zeige ich euch heute in diesem Video. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, wenn diese SPC für euch interessant sein könnte. Droppt mir schon mal gerne einen Däumchen nach oben für das Video und abonniert den Kanal, den Video-Glocken, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Jetzt haben wir erstmal genug gelabert und gehen direkt rüber in FC24 zu Leroy Sané SPC. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Es ist Freitag, ein neues Tots ist da, das Bundesliga-Tots, das Tots, worauf ich denke mal die meisten in Deutschland aktuell auch drauf gewartet haben. Ich auch, ich habe die Packs aufgespart extra für das Team, nicht für das Premier League oder so, nein genau für das Bundesliga-Team of the Season. Was für ein Team ist hier gekommen. Harry Kane als bester Spieler mit einer 7,90 verdient. Frimpong, auch mit einer 7,90. Florian Württel mit einer 6,90. Musiala, Grimaldo, Reus, Goretzka, die haben alle eine 85. Ta, Kobel, Sancho, Opamecano und Davis sind mit einer 4,90 gekommen. Schlotterbeck, Simons, Boniface, Openda und Coman, die haben eine 3,90. Und Girassi und Xhaka sind hier gekommen mit einer 92. Und Malen, Tabsoba, Anton und Ademi haben, also ne, Malen und Tabsoba haben eine 91. Und Anton und Ademi haben eine 90. Ich finde das Team sehr stabil, weil auch bei den vermeintlich schwächeren Karten sind Banger dabei. Also ein Openda ist auch krass. Ein Coman ist krass. Ein Malen ist auch krass. Ademi auch. Und das ist ja so die schlechteste Reihe, wenn man das mal so sieht. Wenn ich mir dann aussuchen könnte, wenn ich gerne hätte, definitiv würde ich hier einen Kobel mitnehmen fürs Tor. Opamecano für die IV. Und, na, Frimpong auf Außen wäre auch schon geil und wird's oder muss ja, das ist auch das Ziel für heute auf jeden Fall. Wir werden dann später noch live gehen, Freunde, auf Twitch. Da habe ich jetzt 28 Packs aufgespart. Relativ starke Packs sind das auf jeden Fall. Und wir haben über 50 Player Picks und da muss auf jeden Fall das Gönntag immer noch rein in die Weekend League. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was hier gekommen ist als Content. Die SPC zuerst und dann den Free Player, weil das ist wirklich stark. Das ist unsere SPC, Leroy Sané. Leroy Sané mit einer Banger-Karte. Fünfterne, Vierstern hat der Mann. 96 Pace, 92 Schuss. 91 Pass, 94 Dribbling. 48 Def und 84 Physis. Er kann neben der Rechtsmittelfeldler Position auch auf links spielen und auch auf den rechten Flügel. Also das macht ihn wirklich ziemlich, ziemlich individuell. Die Sub-Stats sind auch mega gut. 94 Beweglichkeit, 90 Balance. Kurzer Pass, 93 langer Pass. Da leider nur 80, aber kurzer Pass hat man eigentlich eher mit einer kurzen kleinen Flanke. Andere 93, Sprint 98. Der hat eine Ausdauer von 90. Die Playstyles unter anderem Power-Schuss haben wir dabei. Raserei plus Tricks. Gesamt hat der Mann hier 9 Playstyles. Das ist wirklich eine geile, geile Karte. Wenn wir die mal vergleichen, einfach ganz grob, wenn mir da einfällt, ist Ronaldinho einfach. Das ist wirklich geisteskrank, was sie von der SPC kam. Es hält ja auch in Grenzen. Wir müssen hier, sag ich mal, nur 6 Teams abgeben, was noch wirklich fit geht. Wir schauen uns die Teams mal an. Das erste ist ein 83er Team mit einem deutschen Spieler. Da bekommen wir ein Goldpack für. Dann brauchen wir ein 86er Team mit einer Info-Moder-Totz. Was eigentlich kein Problem mehr ist, weil eine Totz hat mittlerweile, zieht jeder Mann 86er, 87er, 88er Totz irgendwo die schlechteste, die man abgeben kann. Und ein Bundesliga-Spieler auch hier. Ein Premium-Elektrum-Pack bekommen wir dafür. Dann brauchen wir noch ein 87er Team. Auch hier wieder mit Totz oder einer Info-Moder-Inform für ein Premium-Elektrum-Pack. Dann haben wir ein 88er Team ohne große Anforderungen und bekommen ein Prime-Elektrum-Pack. Das vorletzte Team ist auch wieder nur ein 88er Team ohne Anforderungen. Auch hier ein Prime-Elektrum-Pack. Und das letzte Team, auch hier nur ein 89er Team und auch wieder ein seltenes Elektrum-Profi-Pack. Also ein 89er. Wir haben zwei 88er und ein 87er, 86er und 83er Team. Das geht erstmal eigentlich fett, wenn man es hört, Freunde. Ich zeige euch die günstigste SPC-Lösung dafür, die günstigsten Teams ihr abgeben könnt. Und dann schauen wir uns mal an, was die Karte kostet, ob es sich dann wirklich lohnt und was für Alternativen es eventuell zu dieser SPC so noch gibt. So, Freunde. Wir sind jetzt bei Footbin. Wir gehen die Teams eben mal fix durch. Wie immer. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn ihr andere Spieler habt mit gleichem Rating, dann nutzt ihr erstmal die und kauft euch nur die Spieler, die euch da natürlich noch fehlen. Ich gehe die Teams einfach durch. Wenn ihr was länger angucken wollt oder euch noch ein paar Namen braucht, pausiert das Video. Wie auch immer. Ich gehe die Teams durch. Das allererste Team, das 83er. Kein Problem. Kann jeder, denke ich mal, aus dem Verein machen. Dann das erste Team, das 86er. Auch hier, das sollte inzwischen nach den ganzen Packs, die man in letzter Zeit wirklich hinterhergeschmissen bekommt, auch für die meisten kein Problem sein. Weil, über 60k sind wir hier gar kein Ding. Das dritte Team, das haben wir aber die Hälfte schon weg. Wir sind mal bei 71.000 Coins. Roundabout. Das sind solche Tots, die ich meine wie eher eine 88er für unter 18k. Die kriegt jeder rangezogen. Und den Rest füllen wir einfach auf mit teilweise High Rating. Der Rest, da packt man ein paar 83er rein und dann ist es schon gut. Gut, dann haben wir das erste Team, was langsam an die 100k Marke kommt. Aber auch da sind wir noch ganz gut drunter. Und das vorletzte Team, das ist auch noch unter der 100k Marke. Sie merken schon, das ist jetzt gar nicht mal so teuer. Und das letzte Team, das ist dann bei um die 120.000 Coins. Wenn wir die haben, dann haben wir die Zanee SBC erstmal abgeschlossen. Damit kostet die SBC nicht mal eine halbe Million. Wir sind aktuell bei um die 460.000 Coins. Und viele von euch können wahrscheinlich mindestens die Hälfte davon easy aus dem Verein machen. Fünf Sterne, vier Sterne. Wie gesagt, nicht mal eine halbe Million. Und wenn wir mal vergleichen, dann Sané mit dem Ronaldinho. Die In-Game-Stats. Total Stats hat Sané 505. Ronaldinho 483. Er ist in keinem Stats schlechter. Sané 96-Pace, Ronaldinho 91. Sané 92-Schuss, Ronaldinho 89. Sané 91-Pass, Ronaldinho 90. Dribbling 94, Sané. Da ist Ronaldinho mit 1 besser bei 95. Def ist Ronaldinho schlechter mit 38 zu 48. Und Füßes hat Leroy Sané vier mehr. Ja, 84 zu 80. Aber Ronaldinho kostet gut eine Million mehr. Der ist wahrscheinlich auch in-game schon ein Stückchen besser. Aber eine Million different, ich weiß nicht ganz, ob das wirklich so gerechtfertigt ist. Eine gute Alternative ist Sané auf jeden Fall, wenn ihr Ronaldinho machen wolltet. Wenn ihr sagt, trotzdem ist euch Sané zu teuer, dann nehmt euch doch mal mit. Und ähnliche Stats. Der ist gleich schnell. Zwei Schuss hat der nur weniger. Bisschen weniger am Pass. Einen nur weniger am Dribbling. Füßes genauso. Und Def nur drei weniger. Und kostet aber nicht mal 200k. Also, wenn ihr eine günstige Alternative zu ihm wollt, auch aus der Bundesliga, nehmt euch auf jeden Fall mal mit. Aber, müsst ihr nicht machen, weil preislich finde ich den mega, mega gut. Den kann man auf jeden Fall ohne Bedenken easy mitnehmen. Ja, Freunde, das war meine kleine Review zur Leroy Sané Tots SPC. Wie findet ihr die SPC? Schreibt es mir oben in die Kommentare. Werdet ihr sie machen? Ja? Nein? Und warum? Werdet ihr sie mit mir machen? Oder warum werdet ihr sie machen? Und wenn euch das Video gefallen hat, droppt mir gerne ein Däumchen da oben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns sehr, sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bisschen rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.